Herzlich willkommen zu einem absolut unverzichtbaren Video für alle, die auf der Suche nach der perfekten WLAN-Überwachungskamera sind. Heute zeigen wir dir, wie du nicht nur Zeit und Geld sparst, sondern auch Frust und Enttäuschungen vermeidest. Denn wir kennen die fünf entscheidenden Fehler, die du unbedingt vermeiden musst, um das ideale Gerät für deine Bedürfnisse zu finden. Du hast deine Überwachungskamera gekauft und sie an einem Ort installiert, der dir vielleicht sinnvoll erschien. Aber hier liegt oft der erste große Fehler. Die Platzierung der Kamera ist entscheidend. Vermeide es, sie zu hoch oder zu niedrig anzubringen. Ein zu hoher Blickwinkel kann wichtige Details übersehen, während ein zu niedriger Blickwinkel die Erkennung von Gesichtern erschweren kann. Um diesen Fehler zu vermeiden, nimm dir Zeit für eine sorgfältige Standortwahl. Stelle sicher, dass die Kamera so platziert ist, dass sie einen klaren Blick auf alle relevanten Bereiche hat. Teste verschiedene Positionen und überprüfe, ob mögliche Hindernisse wie Pflanzen oder Mauern die Sicht beeinträchtigen. Denke daran, die Kamera so zu montieren, dass sie vor Witterungseinflüssen geschützt ist. Eine durchdachte Platzierung ist der erste Schritt zu einer effektiven Überwachung. Die Sicherheit deiner Überwachungskamera ist nicht nur von außen bedroht, auch deine Privatsphäre kann gefährdet sein, wenn du die Datenschutzeinstellungen vernachlässigst. Viele Menschen vergessen, dass Überwachungskameras oft sensible Bereiche aufzeichnen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Um diese Todsünde zu vermeiden, nimm dir Zeit für die Konfiguration der Datenschutzeinstellungen. Sorge dafür, dass die Kamera nur dann aufzeichnet, wenn es wirklich notwendig ist und dass sensible Aufnahmen angemessen geschützt sind. Setze Passwörter ein, ändere sie regelmäßig und achte darauf, dass die Verbindung verschlüsselt ist. Mit diesen Maßnahmen sicherst du nicht nur deine Privatsphäre, sondern verhinderst auch den unerlaubten Zugriff auf deine Aufnahmen. Deine Überwachungskamera ist nur so stark wie dein WLAN-Signal. Ein schwaches Signal kann zu Verzögerungen bei der Übertragung führen, was im Ernstfall katastrophale Folgen haben kann. Um dieses Problem zu umgehen, solltest du sicherstellen, dass deine Kamera in Reichweite eines starken Signals platziert ist. Mache dich mit den Grundlagen der Netzwerkkonfiguration vertraut. Überprüfe die Signalstärke an verschiedenen Orten in deinem Haus und positioniere die Kamera so, dass sie stets ein zuverlässiges Signal empfängt. Denke auch an mögliche Störfaktoren wie andere elektronische Geräte, die das Signal beeinträchtigen könnten. Ein stabiles WLAN-Signal ist der Schlüssel zu einer effektiven Überwachung ohne Ausfälle. Es mag banal klingen, aber viele vernachlässigen die Aktualisierung ihrer Kamera-Firmware. Dieser Fehler öffnet Tür und Tor für Hackerangriffe. Die Hersteller veröffentlichen regelmäßig Updates, um Sicherheitslücken zu schließen und die Leistung zu verbessern. Um dieses Risiko zu minimieren, solltest du die Firmware deiner Überwachungskamera regelmäßig überprüfen und aktualisieren. Die meisten Hersteller bieten einfache Anleitungen dafür an. Setze dir Erinnerungen, um sicherzustellen, dass du keine Updates verpasst. Durch regelmäßige Aktualisierungen hältst du deine Kamera nicht nur sicher, sondern profitierst auch von den neuesten Funktionen und Verbesserungen. Zu viele Menschen unterschätzen die Gefahr von Hackerangriffen auf Überwachungskameras. Dein System ist genauso anfällig wie jedes andere elektronische Gerät. Um diese Todsünde zu vermeiden, musst du deine Cybersicherheit auf ein höheres Niveau heben. Nutze starke, einzigartige Passwörter für deine Kameras und das zugehörige Netzwerk. Aktiviere die Zwei-Faktor-Authentifizierung, wenn verfügbar. Überprüfe regelmäßig die Sicherheitseinstellungen und protokolliere alle Aktivitäten auf deinem System. Ein gut geschütztes System ist der Schlüssel, um deine Überwachungskamera vor unerwünschten Eindringlingen zu schützen. Nun, da du über die fünf häufigsten Fehler beim Kauf einer WLAN-Überwachungskamera informiert bist, hast du die Möglichkeit, diese zu vermeiden und eine fundierte Entscheidung zu treffen. In der Videobeschreibung haben wir dir eine Auswahl an hochwertigen Kameras verlinkt. Falls du Inspiration für den Kauf eines solchen Gerätes brauchst, kannst du gerne mal reinschauen. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um weitere hilfreiche Tipps und Produktbewertungen zu erhalten. Wir sind hier, um dir B. der Auswahl der besten Produkte zu helfen und sicherzustellen, dass du stets die richtigen Entscheidungen triffst.